Wir spielen heute die Random Jungle Cup Challenge in der Superliga Edition. Bedeutet, wir dürfen nur zufällig ausgewählte Pokémon zum Kämpfen benutzen. Klingt erstmal relativ schwierig, würde ich sagen, aber wir haben einige gute Pokémon, einige nicht so gute. Wir spielen ein komplettes Set, 5 Spiele, davon müssen wir 3 gewinnen, ansonsten ist die Challenge nicht geschafft. Und wie gesagt, ich habe einige gut optimierte PvP-Pokémon, ja, aber ich habe auch einige, puh, die sind jetzt nicht so der Bringer, schlechte Werte, falsche Attacke und dann auch nur eine einzige Ladeattacke zum Teil. Ja, Freunde, das könnte schwierig werden, aber wir werden unser Bestes probieren, gehen wir doch jetzt einfach mal rein. Das Gute ist, ich habe überhaupt noch nicht gespielt, auch die Season davor nicht, also von da, wir sind Rang 1, dann sollten eigentlich einigermaßen hier Dullis rumrennen, aber auch hier kann man mit einem schlechten Pokémon bestimmt alles verzocken. Außerdem bin ich gar nicht mehr in Form, ich habe die Attacken gar nicht mehr so im Kopf, was jetzt gerade gut ist, aber das macht es ja noch so interessanter. So, wir gehen rein, wir haben hier Raichu Rihon in ihrer Kex und ja, würde ich sagen, das ist ganz okay, wir probieren es einfach mal, schauen wir doch mal, wer uns jetzt hier erwartet. Rang 1, komm, lass mich leben, gib mir hier irgendwie so ein Dulli, lass uns gut reinkommen, also wir haben jetzt ein 3 von 5 gewinnen, nur dann ist die Challenge klar. Und er hat natürlich gleich Rang 3, okay, rein, Raichu, da bleiben wir gleich drin, gegen so einen Relax, so, okay, das könnte gehen. Wir schauen mal, ich weiß die Attacken nicht und ich habe, oh, ich habe eine einzige Attack und so einen Spukball, oh, wie soll das denn wieder funktionieren? Na ja, gut, okay, wir probieren es, komm, ich haue mal einen Spukball raus, oh, ja, ja, relax, so, vielleicht sollte ich auch gleich mal wechseln, aber wenn ich raus wechsel, dann wechselt er auch raus, also von daher, wir müssen hier einfach mit Raichu noch ein bisschen rumhantieren, so. Wir machen hier auch einigermaßen Schaden und er liegt hier auf wie ein Großer, ach, der hat bestimmt Bodyslam unende, wir werden nicht schilden, die werden wir auf, wer waren, da brauchen wir noch, wer weiß, was hier noch so kommt. Komm, wir hauten uns einen Rambus vor die Luke, okay, schnell, bevor er seine Nies-Attacke startet, so, komm, Spukball, jawohl, ist doch die neue Geheimwaffe hier gegen Relax und Spuk, oh, ich mache ihn fast weg, so gar nicht, gucken, ja, kriege ich ihn weg, bevor er eine Attacke, was wartet der eigentlich, ich müsste doch, oh, gut, ich meine, wenn er nicht warten will, ich meine, ja, ist recht. Hm, so, du, Dino, bringst du euch, was hat mich denn da nicht für Pokémon, oh, komm, Irokex, zeig mal, was du drauf hast, was hast du denn, Steigungshieb, das ist doch ganz okay, das könnten wir spielen, glaube ich, aber mein Rihorn nachher, ich meine, da spielt ja kein Mensch in der Superliga, aber wir schauen doch mal, so, komm, Irokex, Steigungshieb, ah, geschildet, sehr gut, haben wir schon mal ein Schild gezogen, sehr gut, sehr gut, ich glaube, wir werden uns jetzt auch mal eins können, du, Dino hat auch, glaube ich, Bodyslam, ne, ja, genau, ohne Ende davon spammt er auch sehr, sehr schnell, er wechselt raus, muss ich auch wechseln, dann hilft alles nichts, kommt hier, mein Rihorn, jetzt denkt er, oh, das sieht aber ganz schlecht aus, wie soll der, na gut, ich muss schildern, hilft alles nichts, das kann gar nicht funktionieren, so, ein Stampfer, Geheimwaffenstampfer, Freunde, ach, auf was habe ich mich hier eingelassen, so, aber es kann nicht nur besser werden, so, und klar, hier schildet dann nichts, ja, ja, und wenn ich jetzt in meinen Irokex reinwechsel, dann wird er mir natürlich sowas von Bughauen hier, ärgerlich, so, jetzt hat er auch schon seine Attacke da, und jetzt bin ich weg, da geht nichts, und dann haben wir hier auch gleich das erste Match schon leider verloren, Flora-Statue und dipp mich hier komplett raus, das war's dann leider auch schon, Aber so ein Rihorn, so viel Pech kann man auch gar nicht haben, ja, okay, Freunde, Kampf Nummer 1, aber wir gehen ja nicht auf, jetzt gehen wir doch rein in den Kampf Nummer 2, so, Jungle Edition, was haben wir jetzt, och, ja, Bibo, Mülltag, hm, sind auf jeden Fall alles drei hier optimierte PvP-Pokemon, und ich glaube, damit könnten wir spielen, rein geht's, so, Aber jetzt gibt mir doch auch mal hier so einen Level-1-Spieler, komm, das war jetzt mit drei ja auch schon ziemlich gemein, ne, schlechte Pokémon-Rang-3-Spieler, ja, hoffen wir mal, ich hab hier einen Blumenstrauß für dich dabei, wie sieht's aus, interessiert, na komm, Kampf beginnt, ja, zieht sich so dahin, aber hier ist er, Barscher, SH-96, hier, mein kleiner Bibo, ist sogar Krypto, ui, oi, 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 Krypto ist gut, Krypto ist gut, gucken, was wir machen können, Ja, späten Einsatz hat er auch erst, so, dann gucken wir mal, ein Schlagbohrer, Schlagbohrer ist, glaube ich, ganz okay, Matschbomben wäre auch gegangen, er schildet sowieso, und? Siehst du, sag ich doch, er schildet, wusste ich's doch, so, er macht mich hier aber gleich fertig, jetzt gehen wir mal rüber hier im Miltank, so, Kollege, ja, 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 jetzt kannst du hier machen, was du möchtest, diesen Spam mit hier ein bisschen Bodyslam, er geht auch raus, hat richtig aufgeladen, das müssen wir uns mal merken, da hat er bestimmt ein, zwei Tacken im Petto, aber er hat schon ein Schild, und er schildet nochmal mit seinem Hasen, hier, okay, ja, das ist sehr schön, so, komm, Bodyslam geht schnell, jetzt hast du keine Schilde mehr, jetzt gucken wir mal, was hier der Bodyslam für dich erstmal anrichten kann, so, hier, mein shiny Miltank, jo, er hat nichts Falsches gegessen, er ist einfach nur blau, ne, so, komm, hau raus, ja, überlegt er sich noch, ja, komm, und, ja, jetzt, ah, macht gut Schaden, Bodyslam, können wir beibleiben, können wir beibleiben, er ist auch ein bisschen AFK da hinten, aber das nehme ich mit, wir sind 0,1 hinten, ist mir egal, ob AFK ist, Sieg ist Sieg, aber noch haben wir's nicht durch, wollen wir uns nicht zu früh freuen, nicht zu früh freuen, ja, ich glaube, er hat ein bisschen Verbindungsprobleme, weil, mein kleiner Miltank hier, so lange dauert das sonst gar nicht, ich glaube, er ist AFK gegangen da hinten, ne, kann das sein, gucken, jo, da steht doch jetzt AFK rum, ja, das ist natürlich jetzt nicht so spannend für euch, aber ich muss das mitnehmen, hilft alles nix, nachdem wir schon zurückliegen mit einem Kampf, müssen wir sehen, dass wir das hier jetzt hier, nur raus und komm, wechsel rein, ach, das ist aber auch ärgerlich, ne, AFK-Spieler, aber gut, wenn man jetzt hier so weit unten spielt, mit 1,1 kann das passieren, wenn hast du denn da, hier, komm, Ratty, Ratty, komm, hier im Bodyslam, dann machen wir das einfach, überbrücken wir ein bisschen die Zeit, ich war die letzten Wochen, ja, nicht aktiv, habt ihr sicherlich gemerkt, es kam nichts, ich habe einfach mal die Zeit genossen, mal was anderes zu machen, ich brauchte einfach, ich war einfach so ein bisschen ausgebrannt, brauchte mal so ein bisschen was anderes, und jetzt habe ich gedacht, komm, da ja mit Pokémon, Karmusin, Puppe, etc., momentan nicht so viel läuft, ist ja auch irgendwann langweilig, ne, ohne neuen Content, spielen wir jetzt mal ein bisschen Pokémon PvP, ich glaube, das könnte für euch was sein, schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wenn wir jetzt solche Videos mit hier, solchen Challenges öfters mal machen, wenn genug positive Resonanz dabei ist, dann hau ich doch nie wieder mal einen raus, hier würde ich sagen, ne, jawohl, komm hier, Millie, Millie, ja, ich weiß, die sind alle Afkada drüben, aber nicht zunächst kommen, hau ihn weg da, weg die Ratte mit seinen Hamsterbacken, da, so, wechseln noch mal rein, dann wollen wir gleich mal sehen, dass wir einen lebendigen Gegner haben, aber gut, labere ich auch so lange voll, ne, so, okay, wir kriegen das schon überbrückt, so ist ja nicht, ist ja nicht so, dass ich ja nichts erzählen hätte, ich habe schon lange kein PvP mehr gespielt, also, ja, weil es war ja so vieler behaftet, und die ganzen Cheater hier, habe ich gedacht, lass mal, aber, ich würde auch diese normale Run, äh, Run-Dinger hier nicht spielen, da habe ich irgendwie nicht Bock drauf zu schwitzen, aber hier diese Challenge-Dinger, ich glaube, genug Pokémon habe ich dafür, um euch was zeigen zu können, ich glaube, das machen wir einfach mal, so, jetzt haben wir den weggehauen, so, jetzt müssen wir hier wieder reingehen, einen haben wir geschärft, einen haben wir verloren, so, und jetzt hoffen wir auf gute Pokémon, steht 1-1, 3 haben wir noch, 2 müssen wir noch gewinnen, so, Jungle Cup, was haben wir, Pion Draghi, ist gar nicht schlecht, aber ist, glaube ich, nicht optimiert, ja, okay, wir versuchen es, wir haben keine andere Wahl, ich darf hier eh nicht wechseln, also von daher, ich muss ja spielen, was hier kommt, so, Blumenstrauß für den nächsten, hallo, Hallöchen, na, aber ich meine, die Ladezeiten sind ja schon, geht ja, ich wollte sagen, sind schon ziemlich lang, so, komm, ich weiß gar nicht, wie lange die Season hier schon läuft, habe ich gar nicht drauf geartet, so, jetzt haben wir hier erstmal, oh, Ex-Batter, mache ich schon, hat er gemerkt, dass es nicht gut, so, ich wechsle rüber, hier, Elektro, so, ich habe nur den Donnerschlag, oh, so, kommt nur eine Attacke, also, der Kollege ist auf jeden Fall, immer nicht optimiert, so, aber er hat auch einen Pionner, 3G sie mal an, dafür kann ich kein Schild geben, das geht gar nicht, so, jetzt könnte ich doch mein eigenes Pion 3G nehmen, weiß aber schon mal eine Pokémon, machen wir nicht, so, komm her, so, Giftstreich, das kriegen wir hin, ach, ich bin ja sogar Krypto, ne, ja, ja, deswegen, das tut natürlich jetzt auch mal so richtig weh, komm her, Kollege, zweites Schild schon, ja, bist du bereit, nein, so, das ist gut, damit weißt du nicht, mein zweites Pokémon, so, zack, jetzt gehen wir rüber, jawohl, oh, ich habe hier keine Attacken, aber meine Sofortattacken machen gut was, so, das ist für dich auch schlecht, Kollege, eigentlich hast du schon verloren, lehne ich mich schon mal aus dem Fenster, auch wenn ich nur eine Attacke habe, und das ist aber auch heftig, ne, Ladeattacke nur eine einzige und dann nicht die Optimale, so, ich habe noch zwei Schilde, was soll passieren, was soll passieren, so, komm, raus da, Reinschuh, werde ich wegschilden und ich meine, du bist Elektro, ich habe Wasser, wenn das mal gut geht für dich, ne, aber gut, Stromstoß, ja, ja, das wäre auch für mich nicht so schön, so, Verteidigung sinkt, er hat gar keine Schenke mehr, so, Verteidigung sinkt und jetzt haue ich mir immer so einen Wasserstrahl um seine Fellohren und dann war es das für Reinschuh, wie sieht es aus, jo, das kann er gar nicht ab, und damit gehen wir schon 2 zu 1 in Führung, jo, einmal müssen wir noch gewinnen, einmal müssen wir noch gewinnen, dann haben wir die Challenge eingetötet, so, wir gehen wieder rein, ah, Snapbon ab soll nicht optimiert für PvP und R3.8.70 hinten, oh, aber hier vorne, mein kleiner Nidorino, der ist nicht schlecht, ein Hunder da, ist auch nicht optimiert, aber, oh, ich glaube, die haben keine Attacken, schwierig, wir probieren es, wir probieren es, Level 1 Gegner wäre gut, das würde uns in die Karten spielen, wer es ein besserer ist, dann wird er unser Team natürlich auseinander nehmen, aber, geben uns hier mal kämpferisch, so, komm, Strauß Blumen rüber, okay, Level 1 haben wir auf jeden Fall, das ist gut, Rang 1 Spieler, Don Phan, wir gucken mal, was der Kleine so drauf hat hier, so, komm, okay, das ist gut, ich habe auf jeden Fall Giftzahn, das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht, so, Giftzahn, und ich glaube, ich würde danach doch wechseln, das mache ich ein bisschen abhängig davon, ob er ein Schild rausrückt oder nicht, du hast schon wieder wechseln, okay, dann gehe ich mal rüber, hier ab soll, ist nicht so die beste Idee, aber, man muss ja ein bisschen was machen, komm, ich habe nur viele Länder, oh, jajajajaja, Kieferattacke, naja, gut, okay, spielen wir einfach, spielen wir, spielen wir, hilft ja nichts, komm, so, oh, hat gut reingefetzt, gar nicht so schlechter viele Länder, so, jetzt hast du natürlich aufgeladen, ohne Ende, Kollege, und mein Smartbook kann ich dir noch nicht zeigen, weil, da lasst du dich natürlich total, tot hier, so, ja, ich muss da schilden, hilft alles nichts, und dann gebe ich den Giftzahn, ich glaube nicht, dass du mir schilden wirst, Himmelsfege wäre auch nicht so schön gewesen, glaube ich, so, ich muss auf jeden Fall vorher zur Attacke kommen, das komme ich auch, also, Nidorino, du musst das hier richten, weil mein Smetbo, pff, ist wohl schwierig, so, super effektiv, Feen-Pokémon, Feen-Pokémon, das ist so eine Geschichte, ja, komm, Giftzahn, Knuddel-Luft, ist ein Schild, jetzt gehe ich mal raus, guck mal, ja, da guckst du, was ich hier habe, ja, ja, das habe ich hier behauptet, Psycho, Psycho-Sensor, ich schilde das, oh, überstrahlt, das hätte ihn aus der Hose geschossen hier, Psycho-Kinese, das wirst du schilden, ich würde hier gar nicht lange, gar nicht voll aufladen, das ist ja quetsch, bis wir ihn schild rausrücken, nein, wie man es macht, er hat kein Schild rausgerückt, ah, das kann mich den Kampf gekostet haben, das ist ärgerlich, das ist ärgerlich, weil Donphan kriege ich ja nicht weg, ohne Schild, und Knuddel haut mich hier aus dem Sessel, das ist auch passiert, und wenn ich jetzt hier noch einen Knuddel bekomme, ne, okay, ich gehe durch, Donner, es geht nur mit Donnerblitz, so, ich hoffe, der schwächt mich jetzt nicht gleich ab, in der Verteidigung, ich bin mir ganz sicher, ach, du hast ja sogar noch ein Schild, ne, das war jetzt ganz falsch, hätte ich den Gift angeben können, jetzt sind wir weg, ah, okay, okay, geht nicht, schade, ein bisschen mit Smetbo komplett aufgeladen, wäre das vielleicht noch gegangen, ich kriege sogar noch Giftzonen durch, aber das reicht nicht mehr, aber ich glaube, durch Smetbo war das nicht möglich hier, hm, ja, da geht nichts, und schon steht es 2 zu 2, also das ist schon nicht einfach mit solchen Random Hynies hier, ziemlicher Dully Contest, aber fünfter und entscheidender Kampf, spannender kann es eigentlich nicht sein, wir probieren es, Kino so, ach, warum, reint schon, ich weiß gar nicht, wie der in der Mitte heißt, aber der ist optimiert, aber Kino so ist nichts, okay, komm, wir gehen rein, wir probieren es, wir probieren es, so, ein bisschen Glück haben vielleicht, ein bisschen Glück haben wir vielleicht, ein Algarhythmus hier, wir haben gerade vorne, jetzt gibt uns hier, die Dame mal gucken, was sie da drauf hat, Tauboga, hauaha, und, ja, sein Gefieder verbrennt, so ist das nicht, das weiß er auch, deswegen schildet er, okay, das ziehen wir durch, Mythologe ist nicht schlecht, da kriegen wir noch einen durch, ich meine, wenn du jetzt nicht schildest, dann hast du dein erstes Schild verschwendet, das macht gar keinen Sinn, also von daher, gib mir mal dein zweites, ja, wunderbar, okay, dann kann ich jetzt auch gleich schilden, so, ach, du weißt gar nicht, dass du Schilde hast, das ist ja praktisch, so, das werde ich jetzt erstmal hier zum halben Hähnchen machen, komm, so, zieh rüber, ja, total ganz schön weh, keine Schilde mehr, und wir machen hier weiter, ja, ja, so, komm, noch Meteorologen, ich hab hier mal ein kleines Kinosus, aber hier, der macht ja alles fertig, jawoll, komm her, jo, manntags, komm, ich hab hier Schilde, und ich zieh das durch, Schaden kriege ich überhaupt nicht von dir, das ist ja mein kleiner Superheld hier, der braucht noch so einen Helgenumhang, so, komm, und, jo, Manni, Manni, die mach ich fertig, so, wow, das ist auch zwei Attacken parat, sag mal, ist egal, zieh durch, Schilden wir weg, kann man es leisten, was hast du denn da, Aquawelle, ja, doch, Pluppstrahl, hättest du auch mal nehmen können, aber hast du vielleicht gar nicht, so, kommt auch zugute, dass die natürlich da drüben nicht die beste Spielerin ist, das hat man schon gleich gemerkt, das ist natürlich schon mit Talboga taktische Fehler gemacht, aber ist egal, du hast zwei Pokémon weniger, ich hab noch alle da, und ich hab noch Schild, und, ja, Tangela, das läuft, das läuft, nur mit Kinose, richtig eingeschlagen, weg ist er, äh, was soll ich sagen, Knusik, immer Superheld, Challenge gewonnen, 3 zu 2, sehr, sehr schön, das sammeln wir doch noch alles ein, cool, was krieg ich denn hier noch, Rasef, äh, okay, nehmen wir mit, äh, oh, ja, Superheld, komm her, stillhalten, ja, Challenge geschafft, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, lasst noch gerne ein kostenloses Abo und Like da, würde mich sehr, sehr freuen, und dann sehen wir uns vielleicht auch schon, im nächsten Challenge Video bei Pokémon GO wieder, bis dann, Tschüss und Schau, euer Schuertalk, Bye, Bye.